recht herzlich willkommen zu einer neuen folge europa universal ist hier mit den euro käsen und es müsste die folge 22 sein ja da sind so ein paar sachen hier ja milder winter religiöse eifer wir müssen erstmal hier laufen lassen und gucken dass wir alles hinkriegen was wir brauchen so zurzeit ist es ja ein bisschen unspannend ziele sind klar würden gerne verwestlichen kriegen aber irgendwie nicht hin ich so ein bisschen daran dass wir auch hier finanziell gerade nicht so auf dem goldenen boden sind weil wir noch vier kredite am laufen haben darlinien 14 noch einen tacken schneller wir haben sieben leute hier auch sieben hier unten sind so die wachsen noch das sind gerade vier das waren eben noch drei die sind verbündet irgendwo mit nah war und das war hier so dass wir mal gerade akzeptieren wir mal ganz einfach nur warum nicht dass die doch rein laufen nur jetzt wegen sich auch wo gehen sie denn hin okay wenn ich den zugang gewährt dann auch den oder wie sehe ich das jetzt gerade okay versteht jetzt nicht wirklich einer wir haben keine bedeutenden leute höchstens unser general das könnte natürlich sein da wird sich darauf geachtet speichert papstum ok und kämpfte nach vorkrieg was die schweren 14 naja ausbildungslager einrichten was ist man stärker oder 60 du karten aber 60 du karten naja das kann ich mir nicht leisten dann nehmen wir nur eine 25 da ist schon gleich wieder ein ding ins drinnen sagt schon ja da den ablösen drinnen oder 29 und wir brauchen insgesamt 29 58 gut werden angegriffen vor acht also rebellen die da unterwegs sind und die müssen nach hause weil da auch was schief läuft besetzt durch otta war ich unter war schon die das die sind das okay da den zurückzahlen geht es aber nur noch drei na und das ist schon mal 1 11 das ist schon mal super wieder 9 2 alle 29 unserer letzte der 32 alles klar aber die sind geschwächt wieder zurück speichert automatisch aber sieht gerade nicht so gut für die aus oder wie sehe ich das okay das wenn wir jetzt nicht schaffen aber okay die sind die rohnen und da kommen noch verstärkung interessant das müssen verbündete von huronen sein ich gehe mal einen runter dann können wir sehen vielleicht mir kann ich nicht aber ist hier schon besetzt worden da wird auch gerade gekämpft okay kriegen wir neue nachbarn oder was handelsteffizienz plus fünf geschäft im aufwind ja irgendwie den können wir den krieg nicht erklären und ich glaube ach du mal das würde sogar was gehen das würde sogar was gehen lütik und commonballs würden mitmachen okay da brauchen wir gerade nicht hin was passiert da wo brauche ich an da komme ich nicht rum leider ne mein herz wird da sinken okay stabilität müssen wir immer wieder kriegen oh jetzt wird mir das zu viel dann machen wir erst eine pause ja lass die alle durchlaufen das ist alles kein problem die sollen sich mal gegenseitig kaputt machen stabilität war ein problem das müssen wir noch bekämpfen jetzt haben wir wieder einen Frosch im Hals mein Land und eins noch am anderen mal gerade Geld haben wir 25 okay das dauert noch Inflation 1,1 ne die senken wir noch nicht der Handel brempt aber im Endeffekt auch nicht die paar Kröten das dauert noch hier ähnlich und unser Status nicht ach nicken tja so dann machen wir wieder eine 1 raus können wir noch mehr machen gute Frage ne komm ziehen wir voll durch wir sind voll stabil ach toll die Kirche ne machen wir auch nicht wir sind Katholiken geworden auch interessant 7 von 9 gut gut so geht nix und wir da schon durch lassen wir weiter laufen finanziell wieviel war das weiß ich jetzt gar nicht mehr 1, oh da steigt grad 1,53 wunderbar so viel geld kriegen wir jetzt da laufen sie durch die engländer ja ja hoffen wir wo wir wieder enden da nehmen wir bald fällig achso das können wir auch schon bezahlen 30,83 kriegen wir hin ja und nur noch 2 so gut ja was auch noch interessant wäre ob wir noch was ausbauen können manne hier so Gebäude jetzt haben wir kein geld deswegen geht nix ne müssen wir aber auch mal machen tja waffen stillstand doch noch über ein jahr ach guck mal an krieg oder wie sie auch immer heißen ist nicht mehr da haben sie von der karte gejagt das waren ja verbündete von denen ja sieht so aus ne wir haben aber keinen bedeutenden mann sind die denn im frieden hier oh wir können bündnis anbieten das machen wir doch mal perfekt die akzeptieren wir auch in der staatsehe und ok ja da müssten wir 190 hier hinkriegen ne machen wir doch mal obwohl ich glaube das geht ja gar nichts mehr das ist ja schon was kommt da da allein wird bald fällig ok das kriegen wir gleich auch hin ok tot eines händlers ok 15 prestige kommen das nehmen wir mal damals prestige gleich auf null schon gekriegt auf anspruchs anspruchs was sind wir denn noch so für möglichkeiten wirtschaften machen wir doch ja geschenk senden 25 ne das machen wir nicht wir müssen erst unser darlehen bezahlen dann können wir darüber nachdenken äh das war da und dort und zurück zahlen so die letzten 30 sind es dann äh wir sind vorüber ok dann müssen wir gucken dass die uns nicht angreifen diese hier gucken wir mal rein hier fündnis anbieten wollen sie nicht einfluss ok bedeutender man haben wir nicht beziehung verbessern will ich gar nicht was das können in eine idee investieren gut dann müssen wir erstmal gerade gucken machen wir pause qualitätsideen wären das hier die besten pferde kavalerie kampffertigkeiten plus 10 und hier regimentskosten zwangsdienst regimentskosten 10 prozent lass mal gerade gucken wie viel sind das armeeunterhalt 2,7 das wären 24 sozusagen glaube ne die wir dort sparen das ist jetzt eine schwierige frage ne wir müssen sparen deswegen nehmen wir das jetzt haben wir noch einen diplomaten mehr bekommen krass ok gut lass mal wieder laufen und lass mal wieder laufen diplomatie hier 144 ist die verbessert wirtschaftsaktion geschenk senden lass mal 25 kriegen wir gleich eigentlich hin zugangsaktion 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 das mal gerade noch hier gucken um das recht zu flotten aha interessant das würden die dann zusagen technologie kosten minus 10 ok 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 ja 160 das wird ja immer besser hier oh wir können das letzte Darlehen glaube ich gerade begleichen das machen wir doch erstmal zurückzahlen ok so jetzt sind wir schuldenfrei das war ein ganz wichtiger Schritt wir haben jetzt richtig viel Geld hier gerade jetzt müssen wir mal gerade nochmal da gucken das dauert noch Hilfe auf eine Adelsfamilie und so viel Geld habe ich gar nicht zack administrative machen alles kein Ding so äh ok Vatikan folgreich alles gut Diplomatie nochmal ne das brauchen wir nicht äh 190 wir sind bei 172 das ist schon ein guter Wert da ne ja und dann haben wir was soll wäre das was müssen wir gucken wir können verwestigen ja oh die Maschinen nur durch alles klar das wollte ich nicht 182 ok da fehlt nicht mehr viel ne 190 und was ist das Schatzmeister ein bedeutender Mann ok nicht wichtig nochmal vier dann geht hier was oder was ist nur noch zwei da haben wir plus 190 ein herziger außer das großbritannien ist von uns wird sogar noch gewendet hat ok ok akzeptieren wir doch ok das wollen die noch nicht machen gucken wir mal probieren mal garanti garanti wo wir entsprechen ne das will ich lieber nicht machen das ist mir zu gefährlich ähh wirtschaftsaktionen ne alles gut bündnisaktionen einfluss was wollte ich denn machen achso ne das war es nicht ja ich wollte ähm geschenk wirtschaftsaktionen war das ne oder geschenk schicken zack 25 sind die doch glücklich so und dann ok reiche ernte ja hm 50 administrativen macht oder 25 geld schwieriges ding ne geld militärzugang ok das ist alles halb so wild auch nicht wichtig doch das ist unser Anführer gewesen dann müssen wir gerade wieder einen neuen besorger oder nö ist er doch nicht ich dachte da wäre jetzt was gewesen aber war wohl nicht so hier nochmal rein hier eher ist das ne ne so da ist es so jetzt müssen wir mal gucken Krieg erklären können wir den nicht Basalisierung wird auch nicht besser machen wir das oder machen wir mal machen wir mal so ist aber auch nicht besser geworden dadurch hm 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 ok 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 ist das aus versehen angeklickt oder was ja klar gut das war's dann wie sieht es bei denen aus ganz schlecht die haben auch nichts tolles hier 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 einfluss dann da. Und dann können wir nichts machen, oder was? Können wir hier schon was? Ne, nur Vorlage erstellen. Söldner. Zur Kernprovinz machen ist auch nix. Lokale Autonomie. Ah, hier können wir auf jeden Fall noch was machen. Warte mal, einmal dieses hier bitte weg. Ach, das speichert gerade wieder ab. Das steigern wir erstmal auf drei. Und bei der diplomatischen Macht können wir das auch machen. Mhm. Haben wir auch. Was ist das hier? Festungsverteidigung plus 20. Und das untere müssen immer... Ne, machen wir das erste. Wer ist denn unsere Hauptstadt hier? Das war so, ne? Genau. Dann holen wir da einen mehr. Da. Militär ist das, ne? Ach so, wir können da nicht mehr, weil wir kein Militärdingens hier oben mehr haben. Alles klar. Okay, Militärgang. Ah, wir haben einen Aumax-Rekund gegen Amish. Ach so, ja, okay. Das waren wir ja selber. Gut. Ne, nochmal zurück. Da wollte ich hin. So, die haben keine. Ich glaube, wir können den Krieg erklären. Und... So, dann greifen wir die jetzt an. Und löschen die aus, will ich hoffen. Und dann müssen wir das eigentlich hinkriegen, oder? Speichert. Und aufgereben. Oh, die laufen sogar noch weg. Dann gucken wir mal zu, dass wir die schnell kriegen. Will ich nicht, dass da was überbleibt. Komme ich eher rein. Ich will's hoffen. Nö, aber auch nicht schlimm. Gut. So, die hatten keine Freunde. Dann ist das auch gut so. Oh, was passiert hier? Sind das die Spanier? Besitzt durch Spanier. Cool. Ja. Das machen wir jetzt hier. Äh... Sind das alles unsere Truppen? Nein, doch. Doch, es sind unsere Truppen sechs. Gut. Gut, da müssen wir jetzt belagern. Und dann ist alles gut. Dann gucken wir mal zu, dass wir da wieder was rausschlagen. Hat schon geklappt. Diplomatie. Frieden verhandeln. Ja, wir könnten das auch nehmen, ne? Ja, das mit dem Verwestlichen. Das wäre jetzt die Sache, aber... Was haben wir denn noch so für Möglichkeiten? Ja, das ist doch was Schönes. Ein Basal von uns, oder? Machen wir doch mal. Können wir noch Geld kriegen? Oh, können wir auch noch kriegen. Nehmen wir das. Ja, die sind reich, oder was? Sonst haben wir kein Geld mehr. Machen wir mal. Oh, speichert automatisch. Und wohl auf. So, jetzt haben wir ein Basal. Gut, Waffenstelle wird in... Achso, ja. Und wir können tatsächlich was bauen. Und zwar... Marktplatz. Jetzt müssen wir hier mal Pause machen. Oder das Bauen, wisst ihr was? Das verlegen wir auf die nächste Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.